Diese Sucherei mag ich überhaupt nicht. Okay, wir können... Moment, sind die jetzt alle hier? Moment, wir können doch... Okay, da können wir auch hin. Vielleicht ist ja hier schon mal eins irgendwo. Na gut, dann gehen wir erstmal hier hin. Wo kamen wir hier überhaupt hin? Und jetzt diese fröhliche Musik. Dann ist sie... Ich krieg echt Gänsehaut davon. Das ist Wahnsinn. Okay, da kommen wir auch nicht lang. Und wahrscheinlich werden wir hier auch nicht weiterkommen. Ja. Okay, dann schränkt sich das doch schon mal ein bisschen ein. Das ist doch schön. Da haben wir nur den Donglingwald. Ähm, die... Diese... Die Rohranlage. Und hier den Gipfel. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Es schön ist, dass ich hier nichts finde. Ah, guck mal! Okay, das müsse das Eis Ding sein. Sehr schön. Falls ihr gerade was gehört habt, dann ist es auch am aufnehmen. Okay, das hätte ich auf jeden Fall auch einfacher... Hier konnte man doch so rein... Haben die einfach einen Stein reingemacht? Das ist doch der Wahnsinn. Oder kann ich den kaputt machen? Nee. Nee, warte mal. Das ist der Große. Nee. Schade. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in den Donglingwald. Dann hätten wir drei. Da fehlen aber noch zwei. Hm. Natürlich könnte halt noch eine in der Rohranlage sein. Weil da war nichts. Hm. Äh. Ähm. 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 Halt! Ähm. Watta. Vata! Okay, das ist auch interessant. Ah ne, das war nicht hier. Okay, da kann man nicht rein. Aber ich guck erstmal, ich guck erstmal, ob wir hier vorne hin können. Ne, das ist auch zu, okay. Interessant. Ach, ja gut, das war einfach. Äh, was ist denn das? Geisterkostüm, weil es auch einen gelben Hut hat. Okay, ich geh jetzt aber trotzdem nochmal gucken, weil, wie gesagt, es fehlt halt eins. Da können wir aber wahrscheinlich sowieso nicht rein, genau. Hm. Tja. Dann ist... In der Rohrlage ist es wahrscheinlich... Hinten... Wo es zur Bergwerksstadt geht. Schätze ich mal. Und wie gesagt, da fehlt halt immer noch eins. Da sollte ich vielleicht mein Eichhörnchenkostüm anziehen. Weil hier waren wir eben noch nicht. Bergwerkstatt, da kommen wir aber nicht rein. Schinnen. Tja. Oh. Hm. Ich war doch jetzt hier überall, oder nicht? Ich versuche mal jetzt noch eins. Ne, dann ist die Musik wieder kaputt. Ich wollte gerne hier hoch. Das kann natürlich sein, dass... ...dass das auf so'n Ding steht. Lass mal hier auf der anderen Seite gucken. Vielleicht ist das auf dem... ...auf diesem Ding hier drauf. Nee, das ist der gar nicht. Das ist der da im Hintergrund, glaub ich. Ach, Mann. Ne, da ist nix dran. Tja. Ne. Sorry, weiß ich nicht. Keine Ahnung, wo die anderen beiden sind. Das heißt, ich werde mal googeln. Okay, da bin ich wieder. Und ich habe gesehen, das Erdschwein ist im... ...Circus Village. Und das Wasserschwein ist im Wassertempel. Und da habe ich mir gesagt, hä? Wie komme ich denn da hin? Das macht doch keinen Sinn. Aber doch. Macht es. Denn wenn wir uns... ...hier runterlassen, kommen wir noch in den anderen Verbindungs... ...Verbindungsraum. Ist das nicht der Wahnsinn? Oh, Mann. Wie bin ich hier? Wassertempel. Gehen wir zum Wassertempel jetzt. Ganz, ganz merkwürdig. Ich habe halt immer nur gedacht, es gäbe diesen einen Verbindungstunnel. Die anderen sind mir gar nicht aufgefallen. Okay, es ist nicht wie Eis. Und da unten ist er schon. Da habe ich ihn gesehen. Ähm. Wasserkostüm. Dann können wir den auch schon mal durchstreichen. Jetzt müssen wir nur noch in die Zirkusstadt. Das ist sehr lustig. Ich dachte, es gäbe nur einen Verbindungsraum, der halt... ...die Kohle... ...Kohle-Gezumpel da verbindet. Und, ähm... ...den Dongling-Wald. Zirkusdorf. Da haben wir es noch. Gut. Ich habe Knoten in den Haaren. Das ist nicht schön. Okay. Wo ist der hier? Können wir da rein? Nein. Ich hätte ihn jetzt hier hingestellt. Eigentlich sieht er eigentlich ganz schön aus. Da ist er. Nein, Tombi. Das ist falsch. Oh. Oh, das ist jetzt aber... Ja, das muss ich mit Kreis. Machen. Oh, das muss ich nicht. Gut. Dann hätten wir jetzt alle... ...Schweinchen... ...Kapurzki gemacht. Das heißt, wir können wieder zurück. Wo war denn die Tür? Ja. Fiiiitsch! Okay, dann möchte ich gerne wieder zurück. Dann noch mal.